Hey jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem weiteren Live-Kommentary auf meinem Kanal. Eine ironische Herrschaft auf Carriers angesagt und ja, ich spiele jetzt mal auf Streaks, auf Orbi, Hundestaffel und Schwarm. Vor allem der Schwarm geht ja sowas von ab auf Carrier. So, schauen wir mal, ob ich ihn gleich mal erreichen kann. 5, 4, 3, 2, 1. Und ja, ich spiele heute mal mit der Emter, Magazinerweiterung und Schaft, hier ohne Schalldämpfer. Und ja, ich laufe jetzt erstmal sofort zur B-Flag und versuche ein paar Capture-Kids zu machen, meine Freunde. Stirb! Oh Gott. Nein, 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 nein. Okay, okay, okay. Nice, nice. So, guter Start schon mal. War doch eigentlich nicht verkehrt. Aber ich habe den Typen jetzt mal laufen lassen. Ich habe ihn zwar gesehen, aber irgendwie wollte ich ihn nicht anschießen. Keine Ahnung warum. Oh, Aiming, Aiming, Aiming. Muss besser werden jetzt im Laufe der Runde noch. Aber kurz Sniper aufheben. Oh, Colero! Colero läuft, Alter. Nein, 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 nein. Jetzt kurz beruhig dich. Alter, war das ein richtig... Der war richtig geil, der Feed. Irgendwie, keine Ahnung warum. Ey, jetzt klauen sie mir die Kills. So, Hunde kann ich schon mal raushauen. Obwohl, komm, diese Flagge sichere ich jetzt noch mit. Sonst schocke ich gleich noch den Schwarm. So, Schwarm raus, Alter. Läuft. Ich bin zwar nicht der beste Sniper, aber irgendwie war der Feed richtig geil, Mann. Ich habe extra abgewartet, bis der eine Gegner noch hinter dem anderen Gegner ist. Und dann habe ich geschossen. Lief einfach perfekt gerade. So habe ich es gern. Oh, kann der Teammate ihn jetzt... Nein! Von hinten werde ich angeschossen. Oh, Schwarm, ich liebe dich. Ich liebe dich. Oh mein Gott! Wie er eskaliert! Oh! Was ist hier los, Alter? Was ist hier los, Mann? Wie er eskaliert, der Schwarm, Alter. Was ist hier denn jetzt los, meine... Alter. Oh Gott, hätte ich jetzt veraimt, dann wäre ich, glaube ich, gestorben. Alter, warum spawnen die hier alle? Okay, kurz, kurz chillen, Alter. Ich darf jetzt nicht die Streaks wieder choken. Was heißt wieder, aber... Ich will sie nicht... ...failen jetzt. 36-0 schon! Ho, ho. Alter. Läuft hier gerade bis jetzt perfekt, Mann, muss ich sagen. Sniping! Face-Base hier am Start. Nein, Spaß. Die Flaggen sichere ich jetzt auch noch mit. Und Hühnchen raus. Alter, aber... Hardscopen kann ich einigermaßen schon. Nein! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gott sei Dank, Gott sei Dank. So, Schwarm raus. Nein! Nein! Schwarm unterwegs. So, dann, Guilla! Verbündeter Tarnhelikopter unterwegs. Okay. Alter, was ist das los? Verbündeter Orbital-Satellit online. Aber ich glaube, ich challenge ihn lieber... Nee, okay. Scheiß drauf. Alter, dieser komische Max, Alter, der ist richtiger Tryharder, Mann. Der schwitzt richtig, um mich zu holen, Mann. Wir verlieren Alpha. Da ist er schon wieder, Mann. Lauf, 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 Barca, lauf, lauf, lauf. Ich glaube, der eine Teammate unterstützt mich auch richtig nice. Schön mit Orbit. Aber ich spiele übrigens Leute solo. Das sind einfach irgendwelche Randoms, die etwas drauf haben. Warum schon? Helfst mir die Flagge noch zu sichern, müsste ich meinen Orbit wieder haben. Nein, nein, nein. Oh Gott, oh Gott. Brutal. So, die Flagge sichere ich jetzt einfach nochmal mit, Leute. Nuklear habe ich auch noch am Start. Was ist hier los? Wir verlieren Alpha. Was ist hier los, meine... Alter. Oh, wir gewinnen viel zu früh, Mann. Scheiße. Aber ich... Egal, ich habe alle Streaks, Leute, noch für die zweite Halbzeit. Ich versuche ein Flawless 100+. Oh mein Gott, Alter. Was ist hier los, ey? Nuklear erste Halbzeit. Und, Alter, wie die Streaks abgegangen sind, Mann. Bis jetzt ein richtig geiles Live-Kommentary, wie ich finde. Oh, 12er Prezi, Alter, gegen Pablo Escobar. Wie er veräumt hat, Mann. Naja, wenigstens hat er ihn geholt. So. 140 Herrschaftspunkte haben wir schon. Ach, du Heilige. Egal, vielleicht schaffe ich ja ein 100+. Das wäre auf jeden Fall übelst nice, Mann. So, erstmal ganz gediegen jetzt hier gleich ein Orbit raushauen. So, das Wichtige ist jetzt, dass ich versuche zu überleben. Ist das der Typ da oben oder unten? Nein. Ich challenge ihn lieber nicht, Alter, sonst sterbe ich gleich echt mal. Ich habe ihn irgendwie nicht gesehen. Ich versuche jetzt hier noch einen Capture-Kill zu machen, Leute. Obwohl, ja, scheiß drauf. Obwohl, wenn ich die Flagge sichere, ist das eigentlich ziemlich dumm. Ich habe wieder Orbit. Ich habe wieder Orbit. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, ich muss jetzt ruhig bleiben. Ganz gechillt weiterspielen. Als ob es das leichteste wäre der Welt. Nein, er sichert die scheiß B-Flagge. Du scheiß Rande, Mann. 83, 0. Okay, wenn ich jetzt... Ich muss nur einmal noch die Streaks erreichen, dann habe ich mein 100+. Hunde raus. Nein, ich bleib hier hängen an dem scheiß Ding, Alter. Wir haben Alpha verloren. Okay. Schwarm raus. 91, 0. Ich darf jetzt nicht mehr sterben. Ich darf jetzt nicht mehr sterben. Ich will unbedingt flawless hier das Ganze finishen. Wir gewinnen diesen Kampf. Wir gewinnen diesen Kampf. Oh mein Gott. Was ist hier los? Was ist hier los? Schwarm. Geh ab. Geh ab. Ich habe es auch noch geschafft, die Flagge zu sichern. Ich habe so ein Glück, Mann. Es läuft alles perfekt. Ich glaube... Leute, ich hocke mich, glaube ich, in die Ecke. Ich will das flawless beenden. Ich will das flawless beenden. Ich will jetzt echt kein Risiko mehr eingehen. Ich lasse es schön auch den Schwarm hier Arbeit machen. Komm schon, mach kills, mach kills. Oh fuck, Alter, die spawnen hier. Oh oh. Orbit. 113 zu 0, Läuf. Ja, Mann. Ich schaue jetzt noch kurz, Leute, was das für eine Gunstrick war. Hier noch eine schöne gedegene Killcam, Alter. Wie ich ihn weggecampt habe. Aber muss sein, Alter. Ich wollte echt kein Risiko mehr eingehen. Ein flawless Live-Kommentary. 100 plus. Ich weiß gar nicht, ob das das schon mal gegeben hat in der deutschen Community. Keine Ahnung. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall. Noch mit einer Nuklear-Ämter. Ich kann euch jetzt noch kurz die Klasse zeigen, Leute. Oh, jetzt ist es weg. Jetzt kann ich es leider nicht mehr machen. Zeige ich euch jetzt gleich. Alter, richtig geiles Live-Kommentary heute mal am Start, Leute. So. 44er Gunstrick live. Noch mit einem schönen Triple-Feed mit der Sniper am Anfang. Alter, ohne Scheiß. Richtig geiles Live-Kommentary, wie ich finde. Ich kann euch jetzt hier noch kurz die Klasse zeigen. Hier am M-Tam mit Magazinerweiterung schafft. Plünderer, Zähigkeit, Hardliner, Kugelsüche Weste und so weiter und so fort. Und ja, Leute. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr eine Bewertung dalasst für dieses Hammer-Live-Kommentary. Ich finde es sogar, dass es bis jetzt meine... Fast, vielleicht sogar... Meine, Alter. Ich habe schon wieder einen Sprachfehler. Eines meiner besten Live-Kommentaries. Und ja, ich würde mich riesig freuen, wenn wir 2000 Likes packen auf dieses Video. Und ja, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.